Wollen Sie wissen, was das A-Gefühl ist? Wollen Sie wissen, warum Abra der meistverkaufteste BH der Welt ist? Und warum Millionen von Frauen täglich A-Sagen? Dann passen Sie jetzt auf, meine Damen. Sie werden nicht mal bemerken, dass Sie ihn tragen. Sehen Sie so aus, wenn Sie versuchen, einen bequemen BH zu finden? Kennen Sie überhaupt Ihre richtige BH-Grösse? Es ist bekannt, dass über 80% der Frauen ihre wahre BH-Grösse nicht kennen. Und wenn Sie dann doch einen finden, der anscheinend passt, sieht es zum Schluss so aus. Oder so? Oder noch schlimmer, so? Nun, vielleicht sind Sie schon eine der Millionen Frauen, die den Abra bereits gekauft haben. Und falls nicht, sich von Ihrem unbequemen, drückenden, kneifenden und nicht richtig sitzenden BHs verabschieden wollen, dann bleiben Sie dran. Denn heute lernen Sie den fantastischen Abra mit dem A-Gefühl kennen. Meine Damen, heute stellen wir Ihnen den genialsten BH vor, den Sie je getragen haben. Der Abra besticht durch seinen Tragekomfort. Sein hautfreundliches Material und nicht zuletzt durch den sensationellen Stützeffekt. Das ist Bodyforming von heute. Ohne Verschlüsse, ohne Haken. Einfach nur bequem und sexy. Wissen Sie, was das Besondere am Abra ist? Er ist nahtlos. Cara, dreh dich bitte um, damit alle sehen, dass da nichts einschneidet oder zusammenquetscht. Der Abra wird von einer Spezialmaschine namens Santoni gestrickt. Feinster europäischer Zwirn wird zu einem Stück gesponnen. Dann wird die Form des Abra ausgeschnitten und somit ist er nahtlos. Daher sind auch die Träger so angenehm und komfortabel. Sie schneiden nie ein. Die Seite ist total glatt, aber stützt dennoch. Und am Rücken, schauen Sie, keine Haken oder Dellen. Der abschließende Saum stützt fantastisch, hebt und formt die Brust. Das ist das Abra-Geheimnis. Ich liebe den Abra, weil ich ihn mit so ziemlich allem tragen kann. Ich trage ihn beim Sport, in der Arbeit. Ich kann ihn unter meinem Kleid tragen. Richtig angenehm. Ich liebe meinen Abra. Er ist so komfortabel. Keine einengenden Träger, kein drückender Bügel, nichts, das zwickt. Ich kann sogar darin schlafen, Sport machen, einkaufen gehen. Einfach alles. Super!